Prozent so gut damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier waren mein Köln die Klinik ja haben sie sich die Tiefel hier nein natürlich nicht kein Fall haben sie sich nicht besucht wohl Spaß haben richtig genau Geht die Sonne schon wieder unter? Ne, das glaube ich gerade. Wir waren ja schon mit Weineböttchen. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wie wir das jetzt am ungeschicktesten machen? Ich brauche erst mal vernünftig ja, gebrannten Stein, genau. Gebrannter Stein wäre erst mal was Schönes. Ich glaube nicht, dass wir davon noch was haben. Also das und das. Kannst du noch ein bisschen was bewurzeln, oder? Ja, okay. Also wir hatten nicht mehr wirklich viel, aber ein bisschen was ist zumindest da gewesen. Achso, hier ist auch noch. Guck mal da, ja. Also dann doch noch einiges. Wunderwächelnhaft. Brauchen wir ja für oben her, aber ich möchte jetzt langsam mal so ein bisschen vorankommen hier mit der Etage, dass wir die dann auch fertig haben. Okay, also da muss jetzt überall eigentlich immer da muss drauf. Aha. das heißt, das dann hier. Genau. Lassen wir es erst mal so. Ähm. Genau, so ganz normale Blöcke. Dann setzen wir erst mal die unterste Reihe und dann sehen wir, wie es dann ausschaut. naja, gut, das können wir jetzt dann auch schon machen. Warte, so. Wunderwächelnhaft. Und dann kommt jetzt eigentlich Glas rein. Habe ich denn Glas dabei? Ne. Natürlich nicht. Aber wir müssen noch welches haben. Bin ich jetzt der Meinung. Ist keins. Aber da ist noch welches. Sehr schön. Und das hier. Machen wir das dann komplett zu? Würde ich dann fast sagen, ja. So. Ich denke, das kann man machen. Mhm. Großes Fenster. Oh ja, gut, bringt viel Licht rein, ne. So. Sehr gut. Braucht man halt nur noch genug Holz, ne, wenn wir das so sehen. Okay. Saugeil. Ein Riesenschritt hier. Immerhin sieht es schon etwas heimeliger aus, ne. Mhm. Gut, viel, viel Glas, aber ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Je mehr Glas, desto mehr Licht. Ich gehe mal ein bisschen Holz klöppeln. Ich glaube, wir haben sonst nämlich nichts mehr. Es geht immer so schnell, ne. Ja, viel zu schnell, ehrlich gesagt. Ich hoffe nur, wir schaffen. Ja, doch, wir haben gerade mal Halbzeit, was den Tagesverlauf angeht. Also, das müssten wir locker packen, da so ein, zwei Bäume, die da zu prügeln. Mhm. Und damit dann entsprechend hier da oben weiterbauen zu können. Das sieht echt ganz gut aus, ne? Da oben steht wieder so eine fiese Kuh. Mäh. Ist ja nicht so cool. Ja, sie schnauft schon verächtlich. Aber der Tier prügel ich hier Respekt ein, du Kack Kuh. Ja, und das Huhn lacht, ne? Ja, ja. Äh, es war so klar. Wie ist ein kleiner Hühner? Ah, sehr schön. Bisschen komisch gewachsen, ne? Ah, so ein wenig. Na egal, Holz ist Holz. Wir wollen es doch nicht beschweren. Wir wollen eher glücklich sein, dass wir welches bekommen. Genau. Das ist die Hauptsache. Komisch. So etwas anderes Holz wäre, was dann auf einmal hier ist, ne? Hm, echt ein bisschen seltsam. Sehr seltsam. Echt jetzt, also wirklich. Jetzt muss ich das so wieder prügeln. Ah, nein. Haben wir nicht noch irgendeine? Ah ja, wir haben noch einer. Gott sei Dank. Das hätte jetzt noch gefehlt, ey. Aber ich wollte ja schon eigentlich ein paar Bäume hinterprügeln, ne? Das muss sich ja lohnen. Ansonsten sind wir ja gleich schon wieder hier. Weil wenn wir Baumstämme verwenden, ist es halt echt krass, wie viel da drauf geht, ne? Ja. 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 Jetzt wird sie auch schön hell. Endlich mal. Du Kackhase. Verdammt. Ist mir der entkommen, ey. Vor der Aufregung hat den Huhn erstmal ein Ei gelegt. Oh, ein Apfel. Selten. Leider viel zu selten, muss ich sagen. Es wäre halt cool, wenn es einfach Apfelbäume geben würde. Hm. Fände ich eigentlich voll dafür. Dass man das so einschnitt. Okay, leider nichts gedroppt. Na, egal. Kann ich immer Glück haben. Lieber erstmal wieder zurück, ne? Tag geht ja mal relativ schnell vorbei. Achso, warte mal. Braucht ihr nicht Sand? Aber den kloppel ich mir gleich mal weg. Kann ich ihn weg? Klar, warum nicht? Pöpöpöpöp. Sauber. Ich glaube, ich brauche dir ganz viel Glas. Ja doch, stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich. Also generell Glas, aber auch Sandstein halt, ne? Ja, Sandstein sieht echt cool aus, muss ich sagen. Also gibt es noch die verschiedenen Formen davon. Und die haben echt was. So. Huh, geht doch. Sehr schön. Ich muss essen. Wie immer, ne? Da denkt man dann doch überhaupt nicht an. Oh, jetzt wird schon langsam, ja, 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 wir sehen, es wird langsam duster. Ai, 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 ai. Hübel. Ich glaube da oben dieses eine, wo ich jetzt hier diesen Pflasterstein habe. Also Steinzieger sind es ja. Das werde ich wieder rausnehmen und werde da auch Glas machen, dass da oben halt komplett Glas ist. Ja, ich glaube das gefällt mir besser. Ehrlich gesagt. Okay, dann würde ich, ähm, vorschlagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hm, ist immer ganz interessant. Der einen Tag ist dann rum, schubs, eine Folge auch vorbei. Also von daher, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker. Ich darf euch gleich. Okay, mach, das über.